So, willkommen zu einem neuen Vlog nach langer, langer Zeit. Zwei mal wieder in Stand oder mehr. Das letzte Mal war ich dort vor zwei Jahren. Da hab ich auch schon einen Vlog gemacht. Dort geht's morgen hin. Morgen ist Samstag. Es ist ein langes Wochenende gewesen. Und Sonntag geht's wieder zurück. Abends geht's was essen. Dort wird ein bisschen gechillt. Mal schauen. Das ist ein Like und ein Abo da. Drei Stunden später ist es im Spartanhaus gekommen, dass ich jetzt noch eine schöne Farbe hole. Einfach nur einkaufen. Outfit of the day. Das hier. Mein rotes Nike-Shirt. Die Hose. Kottose. Dazu kommen noch die roten Vans. Und jetzt geht's auch noch in Entschöde. Also sofort halt zum Supermarkt. Geht gleich los. Freu mich. Da in Entschöde. Werd nicht so viel Film, aber egal. Das erste Mal hier bei Aldi. Ich geh gleich noch zu Albert Heijn. Und hol Wla. Mangosaft. Irgendwie sowas hier. Das ist sowas hier. Ja, das riecht gut. Hiervon nehm ich einen mit. Ins Termangebot 1,60. 6,40%. Doritos 1,80. Der wird kurz in Deutschland rausgefehlt. Lace Paprika Flavor. Ja, so eine riesen Party. Ja, what the fuck? Was ist denn das alles für riesen Chip? Hier reflektiert einfach das Licht. Hier wird sich auch einfach leuchtend ins Kissen. Neueinkauf hier. So ein Big-Deals-Markt. Da gab's so Angebote. Keine Ahnung. Silver Packs. Mitgenommen zwei Pomben Paprika. Die gibt's nur hier. Die sind sehr, sehr lecker. Für 2,50 Euro. Jetzt zu Albert Heijn. Noch ein bisschen Blark kaufen. Hier gibt's besseren als da bei Aldi. Und mangelast oder sowas. Mal schauen. Und vielleicht noch irgendwas spontan. Riesig. Einfach acht, neun, krass. Here we go, Albert Heijn. Here we go. Essen. Riesen-Supermarkt. Fleisch. Sushi. Keine Ahnung. Alles. Funny. Vanille-Vlog. Gärt mal Vanille, doch irgendein Stratzer-Teller. Starbucks-Cnaffé. Hier kam noch dazu. Ja, hab jetzt für 30 Euro oder so einkaufen. Dazu kommt gleich noch Karamell-Vlog. Wo ist hier das Körger? Ich will was Kühles zu trinken. Kleiner einkauf. 20 Euro oder so. Fazit war richtig geil. Jetzt geh's nochmal zu Aldi. Hol mir ein Blach. Jetzt bin durch. Wer ist hier? P*** Leute! Endschöne Woche! Die Spinnkassehlinung war richtig cool. Auch wenn das nur dort zum Einkaufen hinging. War trotzdem gut. Flagekauf. So typische Sachen, die es halt nur dort gibt. Richtig cool. Bei allem Spann. Es ist so ein cooler Tag. Ich habe alles gepackt, was schon ging. Außer so Bettzeug und so weiter. P***. Auch wenn das Futter jetzt geht das. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Jetzt da schaue ich mich gleich ein bisschen um, mal gucken. Vorles letztes Mal, weil letztes Mal war Corona, da war ein bisschen leerer. Darum geht's essen. Jetzt geht ein bisschen sich umschauen. Hier ist das Wasser. Ja. Hier sind so Wind. Surfer irgendwie, hier ist auch ganz windig, das ist ganz gut. Auch so ein Reservoir, Flammkuchen da oben. Hier Wind surfing. Waldschuhe sind sandig, aber hier, richtig cool. Das ist so geil. Also jetzt geht's hier auf dem Steg, ganz schön windig hier, das ist nicht so gut. Danach geht's zurück, guck mal wie viele da surfing. Ob man versteht mich, da sind voll viele von den Windstuffingen, da ist extra Surfstrand. Hier ist der Wartestand, aber ich glaube, das Wochenende ist nicht ganz so wahr. Da ist das Ende des Sticks und da gehe ich jetzt noch hin und dann geht's da wieder zurück. Mein Outfit, richtig cool, hier wird natürlich noch vom Konzert, da geht's im Dezember auch wieder hin. Freue ich mich schon drauf. So Freunde, ich habe gerade Pommes und Paprika gegessen aus Holland, die sind richtig lecker. Fuck you. Hier am anderen Steg. Das geht, ich habe ein bisschen Mühe umgeguckt. Cool hier. So Kurs macht ganz schön Spaß, ist cool. Ich bin hier nochmal an den Strand gefahren, ein bisschen posten, ein paar Bilder. Gleich geht es essen. So, jetzt wird Essen gefahren. Wir sehen uns dort. Das ist diese alte Schule, Restaurant, Berichte nach. Schulessen und sowas. Bin mal gespannt, was wir nehmen. Ich habe die Deutschstunde genommen. Eigentlich mit Schnitzel, aber ich habe stattdessen Schweine, Nacken, Steak genommen. Bin mal gespannt, wie schnell. Essen war sehr lecker. 9 von 10. Bin satt. Jetzt bin, Leute. Sehen wir uns morgen. Morgen geht's zurück. Guck mal noch Eis essen. Mal schon. Nächster, ich bin noch komplett müde. Hol mir jetzt Kaffee. Einen Kaffee. Hier we go. Bisschen spazieren. Jetzt wieder. See. Noch ein bisschen am Ende am Strand still und schwitze. Richtig heiß. So, das war's vom Stein oder mehr Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War, glaube ich, nicht ganz so lang. Ja, aber in dem Video war ja auch noch Endschuldig. Tja, wir sehen uns. Ein entspanntes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Like und Abo da. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.